Und ich wollte hier noch eins sagen, wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Ist hier jemand, der heute zu den Glücklichen gehören will? Der den Islam annehmen will? Alle nach vorne kommen. Wer den Islam annehmen will, soll nach vorne kommen. Da ist einer. Allahu Akbar! Allahu Akbar, da ist einer. Komm nach vorne. Lass die mal durch, lass die mal durch. Ist hier noch jemand, der Islam annehmen will? Hier ist noch einer. Allahu Akbar! Takbir! 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 Noch einer, der Dritte. Alhamdulillah. Allahu Akbar! Leute, wir wollen Zugabe haben. Zugabe! Also drei. Gibt es nicht noch mehr? Wer will noch Islam annehmen? Moment. Okay. Ah, vier. Ah, du bist die Freundin. Okay. Also wir haben... Wer will jetzt... Wo willst du Islam annehmen? Du willst Islam annehmen und du, ja? Ihr drei. Ja? Okay. Gut. Ist noch jemand hier? Aufzeigen. Alhamdulillah. Okay. Wo ist das Schwerd? Wo ist das Schwerd? Wo ist das Schwerd? Und, sei die bezahlt worden? Ja, aber da ist die Kamera, Leute. Gezwungen worden? Gezwungen worden? Erst einmal, äh, did you get paid? Okay. No. Did somebody, äh... Force you? Okay, drei Leute. Vier. Da kommt noch einer. Ja, ja, ja. Okay. Du auch? Du willst auch Islam annehmen? Inschallah, Bruder. Wir müssen jetzt erstmal den Islam annehmen. Ich muss echt was erzählen, Bruder. Also, wir schaffen das nicht mehr. Wer will jetzt Islam annehmen? Du auch? Okay, Alhamdulillah. Fünf, ne? Bitte mal, geh... Geh doch mal nach außen, bitte. Eins, zwei, drei, vier. Und uns Islam an? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Sechs. Allahu Akbar. Takbir! 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 Das ist unser Geschenk. Das ist unser Geschenk für... Noch einer. Das ist noch jemand hier. Ich wollte mich übrigens... Bevor ich es vergesse... Noch einer. Sieben. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte mich bedanken. Ich wollte mich bedanken, bevor ich es vergesse... Bei dem Richter, ja... Dass die sich heute für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit entschieden haben. Ja, aber das kennen wir an. Okay, Dr. Bilal. Please, go. Please, geht mal auf Seite, damit die Leute... Stellt euch mal in eine Reihe. Bitte. Leute, geht mal... Auf Hamza, we have three more. Three more. Okay, alle in eine Reihe. Bruder, stelle euch mal in eine Reihe mit Schor. Ich wollte mich bedanken. Noch eine. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Okay. Gibt es noch jemanden hier? Noch eine. 11, 11. 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 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 20 Ok, ok, es ist noch jemand hier, 13, Allahu Akbar! Lass ihn mal bitte durch! 14, 14, Angela, komm! Schlimm! Okay, jetzt mal alle Aufsagen die Islamer nehmen wollen! Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zehn, zwölf, zehn, zwölf, zehn, fünfzehn, okay. Okay, da kommt noch einer, 16, 16. Okay, 16, bitte. Okay, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr. Bitte, die Muslime runter, dann. Wer noch die Saman nehmen will, soll sich nicht stellen. Okay, da muss ich nur heute, wenn ich den sehe. Da muss ich nur heute, wenn ich den sehe. Takbiyah! Takbiyah! Ja, du wolltest auch Islam annehmen? Okay. Okay, wir sagen jetzt die Schahen, ihr wisst, was das bedeutet? Okay. Wir sagen alles, wir sagen, ja? Okay, wir machen das jetzt, und ihr macht auch alle Schaheder. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Schaheder mit. Okay, ich sage vor. Und übrigens, die meisten von denen sind Frauen. Ja! 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 Ich sage vor allem Schaheder, okay? Wir sagen alle Schaheder. Ich mache auch zusammen hier, that's my friend. I'm getting myself to down. Come on. Okay. Die Schaheder. Okay. Ja! 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 Ruhalem! 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 وضح الإسلام لنا ديناً ودميع الكون لنا وطناً توحيد الله لنا نورٌ أعددنا الروح له سكناً وضح الإسلام لنا ديناً وجميع الكون لنا وطناً توحيد الله لنا نورٌ أعددنا الروح له سكناً الكون يزول ولا تمحى في التهن لصفائف سوددنا ويدفي الأرض مساعدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا علم الإسلام لنا ديناً وجميع الكون لنا وطناً توحيد الله لنا